so hallo freunde einige der zuschauer haben mich gebeten dass ich die kitten genau hier lasse ich hatte auch nichts anderes vor denn nurke hat sich tatsächlich auch ausgesucht dass sie hier zur welt kommen zwischen diesen altkleidern sag ich jetzt mal sie ist auch hier ganz glücklich ich glaube die ist ganz glücklich auf sache alle sind wohl auf alle sind gesund da müssen sich ein bisschen anstrengen um zu mama zu kommen da ist einer tatsächlich ihre farbe aber alle gesund und munter ja da kam noch die frage ja es sollte kastriert werden ja die war ein bisschen schnell halt in den fortpflanzen wird jetzt definitiv kastriert weil ich denke mal also ich mache das wollen ja ich denke mal es wird einfach zeit hat sie dreimal geworfen das reicht reicht oder